Tourdaten bekannt, Rammstein kommt 2024 nach Dresden. Berlin-Dresden, keine Spur von Auflösung der weltweit erfolgreichen deutschen Band. Nach Ankündigung der Tour für 2024 gibt es erste Details zu Konzerten von Rammstein. Auftritte sind in zwölf Ländern geplant. Auftakt der bisher 18 terminierten Konzerte ist am 11. Mai in Prag, wie es am Mittwoch in einem Posting der Band hieß. Zuletzt gab es jeweils noch zusätzliche Auftritte an einzelnen Stationen. Wie in den Vorjahren sind auch wieder Stationen in Deutschland vorgesehen. Die Band spielt am 15. und 16. Mai in Dresden und am 26. und 27. Juli in Gelsenkirchen. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte ist für den 18. Oktober angekündigt. Nicht auf dem Tourplan steht 2024 Rammsteins Heimatstadt Berlin. Nach vier Auftritten in München hatte die Band in diesem Jahr drei Konzerte in der Hauptstadt gespielt. Frontmann Till Lindemann, 60, die Gitarristen Richard Kruspe, 56, und Paul Landes, 58, Bassist Oliver Riedl, 52, Kiboter Christian Flake Lorenz, 56, und Schlagzeuger Christoph Schneider, 57, leben in Berlin. Hier fanden die sechs Musiker 1994 zusammen und haben sich seitdem mit ihrem harten Sound zu international erfolgreichsten deutschen Band entwickelt. Roze bleibt ohne weibliche Fans. Nach Informationen der deutschen Presseagentur wird die Band bei der Tour auf die seit 2019 eingesetzte Bühne zurückgreifen. Der Aufbau der gigantischen Konstruktion, in zwei Varianten mit Dutzenden Trucks unterwegs, dauert jeweils mehrere Tage. Auch das Sicherheitskonzept, das unter anderem Awareness Teams in den Stadien vorsieht, soll übernommen werden. Ohne weibliche Fans bleibt wieder die umstrittene Rozeo, der Bereich unmittelbar vor der Rammsteinbühne. Die Untertitelung des ZDF, 2020